Tag zusammen, Glenn hier. Heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, das nicht vernachlässigt werden darf und zwar geht es um Sample Rate und Bit Depth. Man sollte auf jeden Fall wissen, was diese beiden Begriffe bedeuten, wie man seine Session richtig einstellt und das richtige Format für seine Aufnahme auswählt, denn das ist gar nicht so unwichtig für die Jobs, die man später macht und vor allem auch für die Abgaben des eigenen Audiomaterials. Sample Rate und Bit Depth sind Begriffe, die eigentlich jedem schon mal begegnet sein sollten, zumindest den Leuten, die mit Audio arbeiten, denn sobald ihr euer Programm, sei es Pro Tools, Logic, Nuendo, Reaper, Studio One, egal was öffnet, werdet ihr meistens direkt gefragt, in welchem Format soll denn aufgenommen werden. Und da muss man dann schon wissen, um welchen Job handelt es sich? Mache ich eine Musikproduktion oder mache ich Audio für Video, also in Verbindung mit Video-Formaten? Und das sollte man vorher schon wissen, damit man eben sein Audio entsprechend einstellen kann und nicht im Nachhinein die Aufnahme konvertieren muss. Und deswegen will ich euch heute einmal erklären, was es mit Sample Rate und Bit Depth auf sich hat. Dazu müssen wir mal ganz vorne anfangen. Heute wird es übrigens sehr nerdig, also versucht bei mir zu bleiben, ich versuche es auch möglichst einfach und praktisch zu erklären, aber wir müssen so ein bisschen in die Materie der Tontechnik eintauchen, aber dann habt ihr es verstanden und dann könnt ihr, glaube ich, guten Gewissens arbeiten. Als erstes müssen wir über Wandler sprechen, also die Wandlung von einem analogen Klangsignal in ein digitales. Denn Klang ist im Grunde nichts anderes als Luftdruckwellen, die erstmal durch ein Medium, also in dem Fall Luft, wandern. Und der wird bei uns oft in Form einer Sinuswelle dargestellt. Das heißt also im Klartext, wenn ich jetzt hier ins Mikrofon spreche, entsteht ja Schalldruck, also Luftwellen bewegen sich. Und das ist ein analoges Signal. Und ein Computer kann dieses Signal erstmal gar nicht verarbeiten. Der muss das in seine Sprache in digital umwandeln. Und die Sprache der Computer ist 0 und 1. Ist eigentlich den meisten schon mal ein Begriff. Und damit diese Wandlung stattfinden kann, braucht man Wandler. Habe ich vorhin eingangs schon mal erwähnt. Und so ein Wandler ist eigentlich in jedem Interface drin. Also haben wir alle irgendwie hier auf dem Tisch stehen. Und damit diese Wandlung stattfinden kann, muss der Computer ähnlich wie ein Fotograf ganz viele Schnappschüsse, ganz viele Fotos von dieser analogen Klangwelle machen. Ich zeige euch mal die Session, da habe ich was vorbereitet. Und dann können wir uns das mal genau angucken, wie sowas aussehen kann. Okay, wir sind also in der Nuendo-Session und ich habe zwei Beispiele. Das erste ist ein Sinuston. Das zweite ist ein Ausschnitt eines Gesang-Samples. Es geht gar nicht um den Inhalt, sondern eigentlich nur um die Wellen. Wer nicht weiß, was ein Sinuston ist, klingt so. Also wirklich nur ganz stumpf ein Ton. Und wir kennen diese Wellenform ja schon. Aber um das Konzept heute zu erklären, müssen wir ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Im Wortsinn. Und deswegen scrolle ich hier mal ganz tief rein. Ich nehme gerne erstmal das Beispiel anhand einer Sinuswelle, weil, wir haben es ja gerade gehört, der Klang total konsistent ist. Und nicht so komplex wie eine aufgenommene Stimme. Und ihr seht es auch schon, hier passiert gerade nicht sehr viel. Egal, ob ich vor- und zurückscrolle, es sieht eigentlich erstmal immer identisch aus. Wichtig ist zu verstehen, dass der Klang trotz dieser Darstellung, also von links nach rechts, eigentlich nicht originalgetreu ist. Also es gibt eigentlich keine feste Richtung für Sinuswellen. In der analogen Welt kennt ein Ton kein links, rechts, oben oder unten. Und jetzt will ich euch erklären, was wir hier genau sehen und was hat das eigentlich mit der Aufnahmequalität zu tun. Ich zoome mal noch mehr rein und jetzt sehen wir natürlich, die Welle wird noch feiner aufgedröselt. Und die vertikale Achse der Sinuswelle, die repräsentiert den Luftdruck relativ zum höchsten Punkt der Welle. Also nochmal, hier die Linie ist der Nullpunkt und die vertikale Achse bis zum höchsten Punkt repräsentiert den Luftdruck. Denn ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn ich ins Mikrofon spreche, dann ist es einfach nur Luftdruck, der sich erstmal bewegt. Und unser menschliches Ohr funktioniert eigentlich genauso wie eine Mikrofonkapsel. Was heißt, dass der Luftdruck auf unsere Ohren drückt und diese dann nach außen oder nach innen drückt. Klingt komisch, ist aber wirklich so. Und das wird uns hier eigentlich nur angezeigt. Luftdruck. Das heißt, erst drückt die Luft, die Membrane Mikrofon zum Beispiel, rein. Und dann gibt es einen Wendepunkt und drückt sie wieder raus. Das heißt, es findet also eine Schwingung statt. Und der Abstand zwischen diesen beiden Extremen, also dem Höhepunkt und dem Tiefpunkt, den nennt man Amplitude. Und das nimmt unser Gehirn größtenteils als Lautstärke oder Intensität eines Klanges wahr. Im Prinzip reagieren wir also auf den hohen und den tiefen Teil dieser Sinuswelle. Ist heavy, ich weiß, ich versuche das auch wirklich langsam und deutlich und einfach zu erklären. Aber es wird gleich alles Sinn machen. Also bleibt dran, es geht weiter. Ich habe jetzt also erklärt, wie das menschliche Ohr funktioniert, ähnlich wie ein Mikrofon. Nur, dass ein Mikrofon einen eingebauten Magneten hat. Ist aber gleich zu denken wie das menschliche Ohr. Die Luftdruckwellen, die im Mikrofon ankommen, bewegen also diesen Magneten, bringen ihn in Schwingung. Und dadurch entsteht ein kleiner elektrischer Strom. Und jetzt wird es interessant. Dieser Strom ist zwar immer noch nicht analog, aber wir kommen dem Digitalen jetzt näher. Also dieses analoge Signal wird jetzt durch das Interface euren Wandler in ein digitales umgewandelt. Und das nennt man Analog-Digital-Wandlung. A-D-D-A. Ist euch vielleicht schon mal begegnet. Und das entsteht aus Einsen und Nullen. Und jetzt wird es tricky, später sogar, naja, mathematisch. Ist auch nicht mein Fachgebiet. Ich werde auch die Sachen wirklich nur grob anreißen. Aber jetzt wird es interessant und es gibt auch gleich die Auflösung, was genau Sample Rate und Bit Depth eigentlich ist. Also Computer müssen alles in Einsen und Nullen umwandeln. Das kennen wir ja schon. Die haben auch nichts dazwischen. Also es gibt nicht 0,2, 0,5, sondern nur Ja oder Nein, 1 oder 0. Und das bedeutet, sie haben keine gute Möglichkeit, kleine allmähliche Veränderungen darzustellen. Aber genau das brauchen wir ja für eine gute Repräsentation unserer Schallwelle. Und jetzt machen wir mal hier ein kleines praktisches Beispiel. Das ist vergleichbar mit der Nachstellung von Bildern. Ich habe mir hier vorhin mit Dolly einfach mal ein Bild generieren lassen. Und zwar extra eins mit einer Rundung. Und wenn wir die Pixel klein genug machen, entsteht der Eindruck, dass es hier wirklich rund ist. In Wirklichkeit, wenn man mal in das Bild reinzoomt, besteht es aber aus Quadraten. Den Pixeln. Ja, es ist gar nicht rund. Es sind alles nur klitzekleine Pixel. Und es entsteht die Illusion, dass wir hier eine Rundung haben. Soweit klar, oder? Und genau das gleiche machen wir auch im Ton mit der Abtastrate, also der Sample Rate. Für die meisten Projekte, die wir so machen, haben wir 48 Kilohertz. Für Musik oft noch 44,1. Schreibt eben genau das. Wie viele Fotos werden pro Sekunde vom Ton gemacht? 48.000. 44.100. Und jetzt kann man sich ja schon denken, je höher die Abtastrate, also von 44,1 auf 48 zum Beispiel Kilohertz, desto genauer wird die Repräsentation des Klangs. Auch nochmal ein praktisches Beispiel für die Leute, die noch CDs kennen. Vielleicht habt ihr das mal gesehen auf der Rückseite, da ist der Standard immer 44,1 gewesen. Das heißt, da wurden 44.100 Bilder, Snapshots pro Sekunde gemacht. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie kommt man denn auf 44,1 oder 48 Kilohertz? Ich packe euch meinen Link in die Shownotes unten. Das hat was mit der Nyquist Theory zu tun. Das ist also ein physikalisches Konzept. Und das beschreibt, welche Abtastrate wir brauchen, um das volle Frequenzspektrum, was wir Menschen wahrnehmen können, wiederzugeben. Der Mensch hört ja theoretisch von 20 Hertz bis 20 Kilohertz und mit einer Abtastrate von 44,1 kann man eben genau diesen Frequenzbereich darstellen. Tiefer will ich da an der Stelle nicht reingehen. Den Link packe ich unten rein, könnt ihr gerne nachlesen. Sample Rate könnt ihr euch eigentlich auch wie Frames per Second im Film FPS vorstellen. Wie viele Bilder, wie viele Snapshots werden pro Sekunde von meinem Audiomaterial gemacht? Super. Dann können wir jetzt nochmal kurz über Bit Depth reden. Gucken wir nochmal eben rein. Ich versuche es wirklich runterzubrechen mit einem etwas einfacheren Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Künstler und malt ein Bild. Und die Bit Tiefe im Audiobereich ist wie die Anzahl der Farben, die ihr für euer Kunstwerk verwenden könnt. Also wenn ihr nur wenige Farben zur Verfügung habt, wird euer Bild ja weniger detailliert und vielleicht auch nicht so lebendig aussehen. Und in der Klangwelt bedeutet eine höhere Bit Tiefe, dass wir mehr Farben zur Verfügung haben, um den Klang richtig aufzunehmen. So und jetzt müssen wir uns noch einmal konzentrieren. Wenn wir Klang aufnehmen, dann messen wir, wie laut oder leise er zu einer gewissen Zeit ist. Wir machen Snapshots 44.100 Mal pro Sekunde. Das sind alles kleine Zeiträume. Und wir messen im Prinzip, wie laut er zu einem dieser Zeitpunkte ist. Und so entsteht dann die Amplitude. Die Bit Tiefe teilt diese Bereiche nochmal in viele kleinere Teile auf. Dazu habe ich mir auch nochmal mit Dolly ein Bild generieren lassen. Und zwar das eines Regenbogens. Der ist ja auch horizontal in verschiedene Farbspektren eingeteilt. Jetzt stellt euch das Ganze einfach mal vertikal vor. Dass wir den Regenbogen vertikal in diese Farbmuster einteilen. Das gleiche haben wir hier in der Bit Tiefe. Je mehr Abschnitte wir hier haben, zur Amplitude hin, zum höchsten Punkt rüber zum kleinsten Punkt, desto genauer können wir verschiedene Nuancen der Lautstärke erfassen. Eigentlich logisch, oder? Je öfter gemessen wird, desto präziser ist dann natürlich auch das Resultat. So nochmal praktisch erklärt, wenn wir Musik hören, wollen wir ja nicht nur die lauten und die leisen Stellen hören, sondern auch alles dazwischen. Und das beschreibt die Bit Tiefe. Ist heavy stuff. Aber ich glaube, anhand dieser praktischen Beispiele kann man sich das ganz gut vorstellen. Also Frames per Second, wie im Videobereich. Oder Megapixel. Oder diesen Regenbogen hier und das Bild mit der Kugel. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Hat mir damals zumindest so geholfen. Und ich zeige euch jetzt nochmal eine etwas komplexere Wellenform. Das hier war ja der Sinuston. Und hier hinten habe ich nochmal eine Gesangsaufnahme. Und hier sieht man, dass trotz der gleichen Messung, also trotz 48 kHz und 24 Bit, die Wellenform auch wesentlich komplexer aussehen kann. Wir haben ja ganz viele kleine, feine Stellen. Ich kann auch gar nicht tiefer rein als das hier. Aber das beschreibt genau das, was ich euch vorhin anhand der Bilder erklärt habe. Also, ich hoffe, das war verständlich. Die Sample Rate beschreibt, wie oft wir pro Sekunde Snapshots von unserem Audio-Material machen können. Und die Bit-Tiefe beschreibt, wie genau diese Snapshots sind. Da geht es also vielmehr um Nuancen. Das war jetzt eine versimpelte Darstellung von Sample Rate und Bit-Depth. Aber ich glaube, anhand dieser Beispiele sollte es den meisten klar werden und verständlich werden. Das Ganze geht noch sehr, sehr, sehr viel tiefer in die Mathematik und Physik. Aber das ist dann auch nicht mehr mein Arbeitsbereich und dafür muss ich dann auch YouTube-Videos gucken. Ich würde mich über einen Kommentar unter den Videos freuen, ob das Video für euch Sinn macht. Und ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Dann mache ich demnächst wieder ein Video dazu. Vielen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, bis demnächst. Da wird es auch wieder ein bisschen praktischer. Macht's gut. Ciao.